So, hier sehen wir den Aufbau. Oben rechts sehen wir das Arduino Board Nano, was angeschlossen ist an einer Treiberplatine, die wiederum den Stepmotor antreibt. Den sehen wir hier. Ich mache mal das gelbe Teil ab, damit man sieht, wie der Motor aussieht. Das ist so der Stepmotor, der 64 Steps hat und ein kleines Getriebe enthält. Er wird über 5 Pins angesteuert, über diese Mimik.